Ja, Moinsen! Wir sind im Orbit Destiny und wollen uns gleich mal wieder ein bisschen in die Action stürzen. Ich kann mittlerweile zur Venus, das wollen wir aber jetzt nicht, denn ich wollte eigentlich mal den Strike hier auf den Mond machen. Das ist das, was ich hier noch nicht getan habe. Da unten ist er, ein Level 12 Strike. Wir sind mittlerweile, können wir eben reingucken, Level 15. Ich darf jetzt auch den Fokus wechseln auf Sonnensänger, mache ich aber nicht, weil... Ja, ich habe hier nun schon Diverses freigeschaltet. Das werde ich jetzt erstmal noch nicht tun. Verteidigung hat sich auch ein bisschen was getan. Bei den Waffen ebenso ein schönes Automatik-Werben wird zurzeit. Ja, und wir werden es mal an diesen Strike versuchen. Der hier ist. Etwas Dunkles lauert tief im Höllenschlund. Wir spüren es. Eine Schar-Monstrosität, gezüchtet für unvorstellbares Übel. Wir müssen in ihre Beschwörungsgruben eindringen und dieses Geschöpf zerstören. Bevor die Schar es auf uns setzt. Das war deine Idee. Finden wir dieses Ungeheuer. Wollen wir mal gucken. Wenn das... Könnte sein, dass es wieder ein bisschen länger dauert, das Ganze. Ich glaube, mein erster Strike hat auch immer eine Stunde gedauert. Auf der Erde. Deshalb, ähm... Könnte es sein, dass hier mehrere Teile jetzt kommen. Dass ich das ein bisschen aufteilen muss. Wollen wir mal sehen. Ja, so allgemein sind ja auch so... Etwas weniger Fragezeichen über dem Kopf. Also am Anfang war ja doch noch viel Probiere, viel Gucke, viel Fragezeichen, viel Hä? Aber mittlerweile ist es etwas besser geworden. Es ist natürlich noch nicht alles, aber... Es ist schon etwas besser geworden. Man fühlt sich schon etwas sicherer hier. So, dann wollen wir mal sehen, dass die beiden hier mitkommen. Ja, tun sie. Am Ende wird ja irgendwie so ein etwas größerer Bossgegner auf uns warten. Und der kann schon mal ein bisschen länger dauern. Der weiß, wie weit wir runter müssen, bis wir die Beschwörungsgruben finden. Ja, genau. Wer weiß. Oh. Oh, da hat er ein ziemlich mächtiges Gewehr. Komm her. Dieser Naka-Angriff ist ziemlich mächtig. Also... Der haut richtig gut. Gut rein. Fast schon ein bisschen zumächtig. Du kannst quasi auch damit rumrennen und... Ja, nur damit angreifen. Naja, ist so. So, wie es aussieht, müssen wir noch weiter. Ja. Ich versuche, das Tor zu öffnen. Warte mal los. Geist oder wer soll das machen? Jo. Ja, lass mal sehen. Ja, eigentlich ist es ja Level 12, weil wir sind ja schon Level 15 und die beiden anderen hier sind auch höher. Sollte doch machbar sein. So, Wieder-Einstieg ist eingeschränkt. Das heißt, werden wir sterben, wenn wir wieder hier anfangen müssen. Das heißt, dass wir hier sind. Ich mach mich an die Arbeit. Oh, hier geht's hier. Achso. Ah, da hab ich auch gerade in Beute zugelaufen. Mehrere mit dem Fusionsgewehr hier gleichzeitig besiegen. Mal sehen, ob ich da noch ein bisschen vorankomme. So, da fallen sie. Ach, der muss noch zwei. Na gut, dann wird hier noch die eine oder andere Welle noch dazukommen. Da sind schon die ersten und nächsten. Okay, bei ihm ist es jetzt nicht so effektiv, aber in der Regel bei den Standardgegnern, die halten nicht viel aus, was so einen Nahkampfangriff angeht. Oh, wir haben auch, oh, 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 wir haben auch, äh, wir haben was gefunden. Ein bisschen Ausrüstung. Hä, rennt er mir vorbei. War ich irgendwo nicht gefährlich genug. Oh, scheiße. Das gibt's nicht. Oh, das kann nicht wahr sein. Na, vielleicht werde ich wiederbelebt. Ansonsten muss ich warten. Oh, lächerlich. Hauptsache, die eine oder beiden sterben die auch noch. Dann war's das. Das war jetzt fies. Ja. Schönen Dank. Ich glaube, bedanken kann ich mich hier nicht. Wieso halte ich immer hinter mir? Oh, noch eine neue Waffe. Ich muss mal den anderen wiederholen hier, sonst. Hä, ist er weg? So, hier. Alter. Das Vieh ist ganz schön mächtig. Mächtig. Dann muss ich da hinten mal hin. So. Wo seid ihr? 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 Da ist sie. Sehr gut. Ich hab's. Das Tor öffnet sich. Ja, sehr gut. Da war es noch nicht mal richtig angefangen. Aber ich bin schon zweimal gestorben. Ist ja wohl ein Witz. So. Jungs, wo seid ihr? Soll ich alleine weitergehen, oder was? Wir haben noch keine Zeit. So, die werden ja wohl gleich nachkommen. Oh, da hinten ist schon der... Ja, komm du. Ach, da ist wieder so ein... Buger, oder wie er heißt da. Glaube ich. Oh, von hinten anschleichen. Ja, ist es. Und noch so ein anderer Hampelmann. Na, wie schmeckt euch das? Sehr gut. So, bisschen Munition bin ich schlecht. Nichts da? Doch, da ist was. Sehr gut. Ja, ich komme. Ach, da ist auch noch was. Klingt, als kämen wir näher. Tatsächlich? Ja, scheint so. Jungs, wo seid ihr? Knochenzirkel. So. Da ist einer. Kennen wir ja alles aus der Story. Wir sind mehrmals hier gewesen. Da ist wie so eine Hexe kunterbohnt. Wieso ballert ihr denn jetzt in die andere Richtung? Jetzt ist ja nichts. Das wird nichts. Wir sind zu schnell tot. Dann sagt man ja nur die Munition. Von euch. So. Ja, wir können auch hier rumgehen. Das ist ja auch nicht das Problem. Was ist denn los? Wo schießt ihr hin? Oh, hier kommt was. Ja, ist klar. Aber in den Superjahr hätte ich auch noch. Aber die bespare ich mir erstmal noch auf. Oh, ist erledigt. Ha. Stießt euch denn durch? Ja. Ich hau dich weg. Ich hau dich weg. Oh, guten Tag. Zack. Nochmal zack. Jo, so kann man auch Munition sparen. Ich glaube, wir sind da hinten hin. Oh, was haben wir denn da? So ein Ritter. Ne, nur mal das schwierige Ding. Oh, er liegt. Ne, doch nicht. Aber gleich. Yes. Oh, das gab sogar 50 Glimmer. Sehr gut. So, Pogos. Pogot. Pogos. Das wird er wohl sein. Dann wollen wir mal sehen. So ist er. Ja, immerhin an der Kette. Solange er da angekettet ist, ja okay. Draufhalten angesagt. Wow. Ey, was ist denn hier los? Ich komme ja auch noch rein. Okay, jetzt ist er frei. Was ist denn das? Alter. Muss ich erst mal raus. Was ist er denn hier? Oh, 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 oh. So. Alter. Frontal drauf. Und langsam wird es auch eng mit der Munition. Wenn das so weitergeht, wir kommen ja gar nicht rein da. Ich könnte jemanden hier super verpassen. Wo ist er denn überhaupt? Ach da. Na komm her. Und jetzt voll drauf. Okay, hier ist noch einiges los. Jetzt muss man die Frage, wo macht er denn jetzt die meisten Schaden? Das ist ja alles nur sehr dünn da. Vielleicht von hinten oder so? Mal gucken. Okay, so viel. Doch jetzt. Ne, sind wir nur 38. Da war er ganz okay. Ey, du verpiss dich mal. Oh, das hat mir Munition gemacht. Sehr gut. Ich dringend benötigte. Ja, da unten. In den Sack muss ich ihn schießen. Dann geht's. Immer rauf auf den Sack, Leute. Immer rauf. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Verdammt. Oh, oh, oh. Nein, scheiße Alter, was ist hier bloß los? Ich glaube, ich sollte hier mal weg Das haben die anderen sich auch gedacht Mal dezent den Standort wechsel Oh, ich habe noch Schwere Ablenken, der eine kann ballern Und so weiter Ich schieße jetzt meinen Arsch Das bringt auch nicht so viel Jetzt kriegt er noch eine super Wieso falle ich dann da jetzt runter? Habe ich ihn? Immer noch nicht Scheiße Wieso ist er immer noch nicht tot? Oh, jetzt komme ich noch nicht hoch So, jetzt aber Er ist erledigt Sorry doch So, was haben wir denn da Schönes bekommen? Mal gucken Na, das ist doch was Mission Wir müssen in der Dunkelheit heran Mission Erfolgreich Aber ich sehe gerade Ich glaube, ich habe einen Beutezug nicht drin Da geht es nämlich um einen der Beutezüge Speziell um diesen Gegner hier Ich hatte die ganze Zeit dabei Und dann habe ich ihn eingetauscht gegen was anderes Und ja, blöd Und jetzt habe ich ihn natürlich nicht Wieder zurückgeholt Ja, da ist man Tanz erlaubt So Ja, das haben wir dann doch hier ganz relativ zügig hinbekommen Gibt sogar noch was Ja 33 Assists Ich bin Assist Meister Dafür habe ich nur 29 Kills Die anderen 88 und 69 Naja Oh, mal noch schnell gucken Was haben wir denn da Feindes bekommen? Ist schlechter Oh, der ist schon mal besser Sehr schön Und eine Kanone gab es auch noch Automatikgewehr Ja Ja Damit könnte man was anfangen Nun Damit hätten wir es geschafft Wir können fortsetzen Strike abgeschlossen So Ja Das War es dann auch schon mal wieder fürs Erste Und Ich bin sicher Wir werden es nochmal wiedersehen Wiederhören Wiedersehen Ja, wiederhören Auf einem der feinen Planeten hier Ja Bis dann 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 Bis dann